Hallo Leute, dann sehen wir wieder. Aber Intro! Es ist Intro oder was? Also, es kommt so wie es kommen musste. Wir sind auf der Dieselregel. Fassig. Umzug in Hanau. Und wir lassen es krachen. So wie es sein sollte. Die Beschwerden sind weg. Da wollen wir nicht woanders entgehen. Wir greifen es weg. Es tropft fast jeder in Stadt und Land. Wollen wir nicht woanders entgehen. Hier gibt es genug. Es fehlt der Verstand. Scheiß auf. Man hilft nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und Shada. Ich mache ein kleines Video für mein Instagram. Für deine Promo ein bisschen. Oder, Bruder? Andere. 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 Immer weiter weg. Andere, ja. Meine Damen und Herren. Jungs, Mädels, Opas, Omis, Kinder, Stikis. Jungs sind dies. Wir sind gerade auf der Video. Hallo Leute. Hallo Leute. Oh Leute. Oh Leute. Oh. 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 O, oh. Oh. Ey, guck mal, bitte, da ist das. So lange Video machst du? Was? So lange. Eine Minute, genau, für Insta. Ja, genau. Du kochst, mach der. Das Intro. Das ist ein Lamm-Böckchen. Das ist der Oberbürger. Der Oberbürger. Der Ober-Miese-Wichser. Der Ober. Hier. Steig doch mal auf. Klaska, gut, gut. Ja, Mann. Wo ist sie jetzt? Ich bin ein Lamm-Böckchen. Immer noch. Nicht dort, woanders jetzt. Bei alter Rückgängeweg, Tümpelgarten Richtung. Okay. Und bei dir? Ja, gut, gut. Du bist so gut geworden, Alter. Bisschen. Aber bei dir geht's gut? Ja, perfekt. Bisschen noch, Arnau. Ja, klar. Bisschen noch. Hallo, immer. Ja, Mann. Sannauble. Ja, ja. Bisschen noch. Aus. Och, lebt der Klaus. Der Klaus, der kleine Pina. GoPro, was geht? Alles klar, Pito? Ja, gut. Ej, da ist Bondegas, nicht GoPro. Einer der Beste, die du in Englisch hältst. Das ist die gute Mütze. Dankeschön. Ey, ich hab noch nicht ein Bombam gekriegt. Nicht mal ein Bombam gekriegt bis jetzt. Die Geier. Alles nur für die kleinen Kinnis. Und die Ebenen. Die Ebenen. Die Ebenen. Die Ebenen. Die Ebenen. Das ist nicht ein 180-jähriges Jahrhundert. Die Kleinserker aus dem Tüppelgarten, HGV Altemann e.V, auf dem Schiff mit den ersten Positionen. Die Kinnerzentren ist am Sammeln. Nehmt ihr den Ball! Hey, untermerkt dich bei uns, der weiß direkt. Wollen wir hier noch diese Wings wegmachen, machen wir eine neue Mischung rein. Aber danach, gell? Kann man auch zurückwerfen, oder? Ey, wir drehen ein bisschen, wir müssen weiterlaufen. Weil, auch so immer gucken. Überobachten. Holger und beobachten. Ja, aber ist das so schlimm, oder? Ey, schmeiß es. Ist es schlimm, wenn du auf Kloch... Ist es schlimm, wenn du auf Kloch kommst? Ja, es ist schlimm, wenn du auf Kloch kommst. Hau! 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 Bäm, bäm, bäm! iling! Euch allen ein, Drei verdonnene Hanno! Wie miet! Hallo! Gopro, ja, mann! In England, in Holland auch. In Frankreich... Guck, die Schwarze! Guck, die Schwarze! Hallo! Ein Bier, ein Euro! Ah, für mich? Ich geb mir einen Euro, wenn ich ein Bier nehme. Andersrum. Ah, nein, wir haben Orangensaft. Aber gut, aber Baba. Muss ich mir mal merken. Hey, muss ich mir merken. Ja, alles klar. Beste Outfit heute. Beste Outfit. Trotzdem, immer noch. Nein, der Kleine hat schon alles gerissen. Der hat das die meisten in mir gemacht. Der ist der Beste, Hanna, der mit Dings. Das ist auch unser Top Ten. Mach doch Hakenkreuz bei dir. Ha! Hey, du Milchkuh! Irgendwie nicht, Alter. Alles klar? Der muss auch hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, der muss auch hier irgendwo sein. Ah, ja? Kille, ha! Guck mal Chester an. Auf Lauer, auf Lauer. Ich gucke nur links. Ich habe eben gerade entdeckt. Hey, ich sehe alle oder was? Ja, ja. Bootycamps. Bootycamps immer an. Hey, Baba, Alter. Hast du eh deinen Bruder gesehen? Der ist da lang rechts gegangen. Vielleicht ein Harzen oder so, gell? Nein, nein. Pisse mal nicht. Ah, besser ist es. Aufgehört, Alter. Besser ist es. Bringt. Wohin? Nur noch die Schritte. Auf Arbeit, wo du hast du noch. Auf Arbeit, wo du bist. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Und sonst bei dir als gut? Keine Zigaretten gar nicht. Beste. Ja, nicht früher. Ich. Ich, ja? Und zur Haut raus, nicht mal eh. Ich brauche nur auf Arbeit, eh. Ah, okay. Nur um Zeitvertreiben. Ich brauche nur auf Arbeit, eh. Okay, so ist auch noch der Beste. Aber ich brauche gar nicht. Beste. Wir sind auch hier um die Ecke gerade. Wir machen gerade unsere Orangensaft wieder voll. Ich habe jetzt hier einen Jekki gemacht. Angebot, zwei Euro, eine Dore. Beste. Bin zu eins. Eine geht. Baba. Heute mal geholt. Kostüm, Alter. Zwei Euro. Ich wollte mir ein Engelskostüm kaufen. Engels. Aber ich bin nicht von zu Hause rausgekommen. Ich war in Amsterdam. Seitdem bin ich zu Hause so K.O. Ja, Mann, Alter. Heute ist es da. Dieter hat mir gesagt, komm. Mit mir und nur die Ecke. Ja, Mann. Aber jetzt bin ich warm. Jetzt geht es wieder. Wie gehen alle dabei, Alter? Ja, Peter ist jetzt da. Peter, habe ich schon gesehen? Ja, mit dem bin ich jetzt hier. Alle anderen sind hier. Die Kammel irgendwo rum. Wart ihr? Was hast du denn Zeit, Alter? Ich habe mich schon einhalten können, Alter. Wir gehen voll in die Ecke, Alter. Wir sind hier um die Ecke, okay? Kinder, lass. Jungs, Mädels, Opas, Omis. Habt ihr gesehen? Wir haben Jacky-Dose klargemacht. Ahh! Jacky-Dose klargemacht. Machst du mal meinen Rucksack, du kleiner Miser? Was ist das? Frau Chester, hör mal auf. Nein, doch schon. Ey, diese Frau hat schon so komisch geguckt, gell? Diese. Mach mal nicht mit dieser Pistole. Die haben gesagt, hört auf damit, sowas zu machen. Die haben gesagt, hört auf damit, sowas mitzunehmen. Die machen uns nur fertig, Alter. Glaub mir. Die machen uns nichts. Die machen uns nichts. Aber die halten uns an und machen uns film. Hey, aber ich renne ja nicht in den... Nee, 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 nee. Nicht alles an. Warum? Warum? Wieso noch nicht so? Du bist so kontrolliert, wo es ist. Ja, aber du hast auch recht. Entschuldigung, Mann. Wie lange nicht gewöhnt? Ja, wie viel zu tun, Mann. Natürlich, Beste. Alles gut tut. Aber bist du Bulli geworden mit Tomatern oder? Nein, YouTube. YouTube, Mann. Wir machen doch YouTube. Ha! Mach es! Da sind auch unsere Freunde. Jetzt kommen Stadtwerke. Sind die verkleidet, die UN-Sinnen? Bitte. Oh, rote Kreuz! Ihr Hurensöhne. Bitte. Genau diese beiden habe ich verflucht. Und Anzeige bekommen. Ich wollte mich fast trauen, aber ich traue mich nicht. Hey, lass die Leute in Ruhe, gell? Komm her! Komm her! Wo ist der? Oh, die kommen ja noch vom Blät, die gell? Oh, ich geh noch von dem Mann und dem Blätchen. Ja, ich geh noch von dem Mann und dem Blätchen. Ja, ich geh noch mal. Hallo, klein einmal. Willst du bald Bondecast mitmachen? Bondecast mitmachen? Mach mal eine Foto. Hallo, Foto. Nur mit Peter. Mit Onkel, komm. Du bist dein Onkel? Komm doch mal mit ein Foto drauf, Mann. Ah ja, schick sie später dann, ja? Gut, bei dir? Beste Leben! Wenn du sein Vater bist, hat er nicht erkannt. Nee, er kann nicht. Ja, egal was. Gern? Aber das kann nicht fertig sein, sonst ist es schon traurig. Lammboi hast du gesagt oder Lammboi gehen? Niemals Lammboi. Lammboi ist sinnlos. Lammboi ist sinnlos. Zuffner, kennst du ihn? Jeder kennt Zuffner. Der war hier. Guck mal mit seinen ganzen Kindern. Wie viele Kinder? Zehn Stück oder was? Ja, ja. Nicht alle, nicht zehn Grad. Aber fünf, sechs Kinder war der hier. Vier, fünfzig hat er. Hat gemacht, ist schön. Ja. Eieiei, guck mal da. Lammboi, Engel. Da ist doch mein Engel. Da, dieses Engelkostüm wollte ich habe. Aber für deine Frau. Nein, Mann. Ich wollte es für mich. Für dich. Ich bin doch Engel, Lammboi. Ich mach doch nie was. Ein Engelkostüm. Oder diese... Engelkostüm. 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 Guck, bitte das da. Genau diese Dings. So eine. Hast du gesehen? Genau das da brauche ich dann, Alter. Hättest du es gehabt, gell? Weiß nicht wer. So eine schöne, geile Engelkostüm. Ach. Sie haben sich Fingernpoposteck genannt. Guck mal, der ist auch Afro wie du. Ha! Aber deiner ist original. Aber deiner ist original. Deiner ist gefälscht. Natürlich ist es deine Elf. Natürlich ist es echt. Geil. Arbeit, Arbeit. Ah, Marion. Guck mal, Marion. Komm, wir laufen noch so weiter. Oder bleiben wir hinten und Dings. Ah, die Marion. Ich rede so niedrig, guck mal. Du bist ein bisschen angelaufen. Wir gehen. Denkst euch gut. Ja, gut. Hey. Aska? Ja, bei dir. Gut. Das ist mein Mädchen. Meine Mama. Mein Bruder. Weiter geht's. Hast du eine richtige Brücke auf? Boah, mutig, gell? Ja, ja. Das ist meine Mama. Mein Mann kennst du auch noch, oder? Ja, die war nicht gut. Ja. Ich habe ein bisschen Jacke. Ich habe auch einen Bock an Dings. Ein bisschen Jacke. Ich habe gar nicht gesehen. Erinnere dich mal. Nein. Sag ihr doch mal, dass wir aus der Schule sind. Ja, aus der Klasse. Das ist mein Klasse. Früher. Die Unruhestifter. Du hast doch bestimmt diese Bilder gesehen. Die zwei Schwarz in der Klasse. Ja. Für mich? Ja. Dankeschön. Tschau. 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 Ja, wir drei, ja. Ab 5. bis 90, gell? Ja. Korrekt da hatte ich. Oh. Ey, so war in Paris, gell? Aber so war. Hier war Dings da. Die haben Steine geschmissen. Ha! Ich war doch in Paris jetzt. Oh, gute. Ja, ich war doch da. Was auch Steine geschmissen. Nein, zum Glück nicht. Aber fast. Gas, Gas. Ja, Gas habe ich drei Mal, vier Mal, fünf Mal gekriegt. Ich konnte nicht mehr. Ich habe Angst gehabt am Ende vor dem Gas. Ich schätze dir. Alle haben mich geweint, wie ein Hund. Oh. Strasse. Danach wie fink ich die Szene. Halbe Jahr. Ist das Alkohol drin? Oder Wodka. 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 Nein. 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 Weiß was ich meine? Oh. Oh. Captain. Captain Morgan. Captain Morgan. Captain Morgan, ja. Das ist ein heftig. Das ist ein heftig. Oh. 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 Was hast du gedacht? Was war hier? Gut. Danke. Bei dir auch? Ja, Gott sei Dank, Alter. Lang nicht gesehen, oder? Ja. Aber dir geht es gut. Ja, Gott sei Dank. Immer arbeiten. Arbeit läuft. Wenn nichts passt, ja. Und bei dir alles gut? Gut, 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 danke. Du machst du in Frankreich? Ja, Mann. Ja. Und? Mit Gelbwesten bist du. Ja, Mann. Steine liefen geduckt. Ich war letzte Woche auch in Holland. In Holland? Amsterdam. Es war drei Tage Amsterdam ein bisschen gegeben. Ey, aber geil, Alter. Ich hab meinen Fehler mitleidig, gell? Ich wollte die Maske nehmen. Scheiße. Der hat dich in die Hose gebissen. Ich wollte die Maske nehmen und dann ziehen. Aber du wirst mich auf den Kopf kommen. Alles klar. Aber was? Komm. Komm. Weißt du, wenn der jetzt geht, was der so... Die haben mich gefolgt. Er hat dich in die Hose gebissen. So ein bisschen schon. Ich kenn den Peter. 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 Man kann einen Mann. Hör mal auf. Nein, du musst hier mit der Parallelstraße gehen, dann geht's weiter. Ja? Ja. Du bist die richtige, du weißt, wovon es geht. Du musst einfach die Parallelstraße gehen. Geh mir weiter in die andere Straße gehen. Er ist so kurz heute. Hey, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Seit Sommer letztes Jahr? Die haben vielleicht nicht gehabt. Bei diesem Gartenverein. Die trinken einer natürlich. Statt Hanno arbeitet auch samstags. Schwarz arbeiten. Wir brauchen einfach eine neue Flasche. Neue Flasche Gorbachev oder was? Garba. Gargamel. Gargamel, Alter. Gargamel war auch ein Babakunde bei uns. Der will diese Dingsraketen loslassen. Burensohn, Gargamel, hat sich schon lange nicht mehr gemeldet bei Facebook. Plastik. Peter. Halt doch mal auf, da rumzuschießen, Alter. Guck mal, aber hier sind doch Leute jetzt. Sinnlos, Alter. Bitte. Guck mal, da hat jemand seine Tasche vergessen. Ja? Peter. Machen wir ein Foto. Wie ist dein Mutter? Warte. Jetzt. Hast du? Der lässt sich eine löschen. Jetzt nochmal. Die Lische gehen runter. Die Mund. Hast du ein Foto gemacht, aber Video musst du sonst machen. Wie kannst du bei einem Foto sehen, was er macht? Guck mal, der Kleine hat geguckt. Wo ist das Wort hier? Daher, Landum Iliawicz. Da, Landum Iliawicz, oder? Da geht's jetzt mit dem Kran hier, Alter. Aller, Landum, wo ist meine verfickte Kontonummer, Aller, Dings? Mein Pin, mein Pin. Ich habe meinen Pin verloren. Hättest du ihn lieber fotografiert. Weihnachtsmann, nimm ihn! Nimm ihn! Was geht da? Bei dir. Gut, bei dir? Er muss. Und? Genießt du dich? Sinnlos hier, gell? Peter, lass mal dieses Auto ficken! Peter, lass mal dieses Politei-Auto ficken, ganz kurz! Halt mal ganz kurz! Halt es mal ganz kurz an das Auto! Wir ficken die ganzen Leute immer überall links, rechts! Hoffentlich hat sich immer Sinn. Aber Jungs, wie es auch was oben ist, Dankeschön für die Kippe! Wir ficken euch! So machen wir ein Video für Dummkopf! Wie ist LegasTV? Für immer, ihr miesen Wichser! Das ist deine Signature-Move. Mieser Wichser. Ich habe ein paar Videos gesehen auf Facebook bei dir. Jede zweite Wahl. Mieser Wichser. Aber jetzt haben wir uns ein bisschen nicht verendet. Jetzt nicht mehr so... Das ist meine Eltern, ich kriege ihn auf! Mach nur noch nicht, mach nur noch. Mach immer noch Politik, die Politiker. Hier ist ein neues Wichser. Aber guck mal, wir sind keine richtige Polizei, wir sind eine kleine Polizei. Ja, 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 stimmt, 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 ich hab's gesehen, Stadtpolizei, ich hab das nicht gesehen, ich hab das nicht gesehen, ich hab gar keine richtige Polizei. Ja, mach mal immer das gleiche Lied an, ihr miesen Wichser. Ja, das ist der Feuerplatz geworden, was ist das Lade, na? Es gibt sich wie Mama Laura hier, mach mal leise, mach mal weg, mach mal weg, mach mal weg, mach mal weg, ey, gut, Kaminski, da ist er doch, komm, wir gehen mal dahin. Gute. 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 Herr Kaminski, Herr Kaminski, haben Sie für uns keinen kurzen da? Nee, der ist da nicht von mir. Aber grüße jetzt mal den Herr Oberbürgermeister. Kann man Sie erst mal grüßen? Ja? Der Islam verbiegen euch das doch, oder? Das wird euch grüßen. Aber warum wissen die denn, dass wir Moschens sind? Ich bin einer, aber ich bin ein Säufer. Aber wir Moschens sind nicht trinken. Aber die dürfen auch nicht tauchen. Die dürfen auch nicht schlagen. Die dürfen auch nicht viele Lachen machen. Und die machen... Und nur beim Trinken reden die Leute da drüber. Warum tut der Islam so in einem riesigen Zirkus in der Weltveranstaltung? Das ist nicht der Islam, das sind die Leute, die es machen. Die einzelnen Personen. Wenn die Leute alle mal ein bisschen normalen Kopf hätten und nur zusammenleben wollten. Bisschen zum Lachen. Ja, ein Trinken geht doch. Ein Trinken zusammen. Oder warte, wir machen ein Bild. Komm mal her, mach mal von... Warte, wir machen... Herr Kaminski. Wie läuft es denn bei Ihnen gerade? Gut läuft's. Ich bin zufrieden. Ihr auch? Nein, alles gut. Hallo Leute, da sind wir wieder mit Herrn Kaminski. Oberbürgermeister von Hanau. Sagen Sie mal Hallo Leute. Hanau Leute, alles gut hier. Hallo Leute, meint er. Dankeschön Herr Kaminski. Wir wählen Sie so persönlich. Alle Hanauer bitte, Herr Kaminski wählen beim nächsten Bundestagsfall. Nein, nein, nein. Kein anderer. Dankeschön Herr Kaminski. Aber Herr Kaminski, nimm ihn töftig und zweimal töftig und dreimal töftig. Sag ihn mal. Er tritt gar nicht an, aber ich hab gesagt, also Bälle gemacht für ihn so. Herr Kaminski, wählen Sie Herr Kaminski. Okay. Aber der weiß, der weiß, der weiß ganz genau. Nein, mach nicht. Jetzt kriegst du ein paar Klicks, Alter. Aber Herr Kaminski, eins haben Sie falsch gemacht. Die ganzen Amis aus Hanau verjagt. Deswegen ist Hanau so tot. Ha ha ha. Ha ha, meinte der. Ha ha. Jetzt kriegst du ein paar Klicks. Hunderttausend Klicks, natürlich. Boah, geil. Nimm mal diese Aufsicht. Boah, das soll so geil sein als in der Fasche. Bitte, ich hab alles aufgenommen. Hey, Kollege, bist du ein Gefangener oder was? Ja. Guck mal hier in die Kamera. Ein Gefangener. Aber gib mal erstmal den Kleinen, das ging. Ja. Das ist wichtiger als wir. Also ein bisschen befreit. Nach Faschen bist du da frei oder was? Ja. Hollande. Hey, guck mal, gib mal den Kleinen, das ging. Reif den doch rein. Dann haben wir da. Darf man mal fahren? Ja. Ausleihen. Leihen Sie das nicht aus? Nee. Das ist Ihr Schätzchen. Nicht Ihr? Doch. Ah, Ihr privates Auto? Ja. Ah, Sie kommen auch aus Hanau. Ja, wir laden auch ein. Ah, okay. Wir sind auch hier vorne, hier um der Ecke. Okay. Ja, also, ich hab den 1975, das Modell, hab ich gebaut. Ja? Ja. Ich war Ingenieur. Okay, was ist das für ein Modell? Das ist ein VW. Ah, VW Käfer im Dienst. Aber diese, 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 äh, diese Modelle waren doch sehr begehrt auch. Ja. Jetzt wieder. Ah. Also, ja. Und, äh, ich hab, ähm, noch ein zweiter bei mir daheim. Nein. Identiker. Äh, nur genau die gleiche. Der Motor ist frei. Der ganze Ausdruck. Ah, ich kenn' das Ausdruck. Ich weiß. Da, da, da. Wo sind? Hier, gell? Ja, ja. Ah, ja, aber. Hier sind die Kotflüge, die ist alles, äh, praktisch, äh, weg. Offen. Die hier, gell? Die hier zum Beispiel. Das ist dein Weg. Komplett. Ja? Und links. Das ist die Originalverkaufs, äh, Ausgabe. Ja? Also, äh, das ist eine Kopie, aber ich hab selber das Original. Okay? Ah, okay, okay, okay. Ja? Ey, wird keine Scheiß passieren, Leute. Ich will auch meinen, ich will nicht. Ich bin schon seit 40 Jahren in der Bockungsgeschein. Ich mach noch mehr rein. Wir brauchen Kippen. Ey, frag mal deine Freunde, ob die Kippe an. Wir brauchen Kippen. Wir brauchen Kippen. Wir brauchen Kippen. Wir brauchen Kippen. Hallo. Ich bin Moni. Wo bist du denn? Ich bin aus Deutschland. Ich bin aus Deutschland. Ich bin aus Klanam. Von? Klanam. Es ist ein Teil von Hanau. Ah, okay. Ja, und was, als was hast du verkleidet heute? Als was hast du verkleidet heute? Unicorn. Unicorn? Du bist unser Unicorn. Guck mal hier. And what you are. Gib mal vor ihr. I was an Angel. I was an Angel, aber mein Ding ist fake. Gib mal vor ihr, ey. Warum? Ey, warum? Saberst du die Kippe so an, Alter? Bist ein Arschloch, Alter. Das ist meine Kippe, ja. Aber die kommt aus Hanau. Hanna, warum reden wir Englisch? Sie kommt aus Klanam, nicht Hanau. Können wir nicht Deutsch reden? The next reason why we talk English. No. This side. Ja, aber der hat doch... Aber das ist kein großes Problem. Was soll denn das und so? Ich meine, das war mein eigenes Kippe für mich gedacht. Dein Eigentum. Dein Eigentum ist mein Eigentum. Weil wir doch Brüder sind oder nicht. Bist du nicht mein Bruder? Du bist doch mein Bruder. Ja. Jeder hat was hingehört. Das war mein Ziel. Deswegen, wenn da irgendwas dran gewesen ist, und so. Das ist doch mein Problem. Hallo. Lass uns singen. Lass uns singen. Mein husband. Ich habe gedacht, okay, ich werde nicht mehr tun. Ich bin klein, weil auf jeden Fall ich bin braun. Viele sagen, ich bin schwarz, aber ich halte mich für braun. Aber du bist braun. Ohne sein. Gestern haben mir kleine Kinder gesagt, ey, das war doch der braune, der braune, der das letztes Mal Stratz gemacht hat. Haha! Sag ich ja, das war der braune. Ha! Ich bin da drunter durchgekommen. Ha! Ja! Perfekt! Orangien sagt, das ist gesünder als Bier. Puh! Ha! Niemals! 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 Mach gut! Puh macht nur gut drin. Geht! Mit Schuss geht! Ich wollte gehen! Herr General! Ich wollte dir, wo man ihnen sagt, dass du das kannst. Was ist das? Was ist das? Was? Okay! 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 Ich bin ein Spann, das muss doch auch noch dabei sein, oder? Oder nicht? Nein, gar nicht! Ich bin ein Spann, das ist ein Spann, das ist ein Spann, das ist ein Spann. Also, heute sind zwei, drei, drei. Erst mal, küsst! Was steht da? Jägerweiß, Jägerweiß da! Hallo, ich habe gesagt, ich gehe heute zur Fasching. Und das, was ich mich bekleiden werde heute, war das Jägerweiß. Das passt doch. Ich habe meine, sozusagen, Zwillinge heute getroffen hier. Das ist meine Zwillinge, mein Lieber. Zwei dumme Nigger, Alter! Zwei dumme Nigger! Zwei, zwei! Oh, toll! Bist du auch ein Nigger? Nein! Du bist kein Nigger, nein, der ist kein Nigger! Prost! Prost! Sonst hätte er uns schon abgegeben. Finde ich! Finde ich damit ab! Ab heute bist du ein Nigger! Ja, alles gut! Aber du bist so ein brauner Nigger! Du kannst mich mal vorstellen in die Kamera, der Junge ist YouTuber. Ah, ich bin Stefan! Hi! Viele nennen mich ja auch Pille! Oh! 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 So, so, so! Okay! Wie heißt du? Realität, ich bin der schwarze Peter! Peter! Schwarzer Peter! Der heißt ehrlich so! YouTuber! YouTuber sind wir! Ich und der! Bzw. nein, ich bin kein YouTuber! Wir brauchen die Abonnenten! Wir brauchen die Abonnenten! Wir brauchen die Abonnenten! Aber... Abonnieren! 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 Abonnieren wollen den Katten! Seine Katten! Ich zum Abwitz! Nein! Die Katten ist... Nein! Aber die ist geil! Katten ist Killer! Wie heißt du? Stefan! Stefan! Der Stefan! Wie alt bist du Stefan? Boah, ich bin... 55 Jahre! Nein! Nein! Guck mal, keiner kennt dich! Nein! Niemals! Ey, du bist so jung, vielleicht so 30 oder so! Wunder, Alter! Das ist das gute Bier! Ey, ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ja, ja, ja! Du siehst genau so aus wie... Der dumme Kopf! Ich... Ich... Ich akzeptiere nie, was er sagt! Aber... Na 30! Du siehst aus wie 30! Danke! Guck mal, gell! 50! Das YouTube-Kanal gehört ihm, weißt du? Nein, Mann! Das ist unser Leben! Unser Leben! Ey! Du gehörst dazu! Du gehörst dazu! Du gehörst dazu! Ja! Und deswegen... Will ich mit dir... Hier! Dieser Afro... Heutigen Tag... Kann man das so... Afro-Karneval nennen, ja? Afro-Jägermeister-Karneval! White Afro-Jägermeister-Karneval! White Afro-Jägermeister-Karneval! Afro-Jägermeister-Karneval! Also... Jungs, Mädels, Opa, Domis, Kinder! Tick ich dir! Tick ich dir! Tick ich! Tick ich! Von der Stadt... Hanauer, gell? Ja, ich bin Hanauer! Also... Dankeschön dafür, dass ich hier... Hey! Stefan! Und was für ein Kanal? Wo kann ich... Tick man dein Handy, ich zeig dir! Guck mal, gell? Neunten, Sechsten machen wir auch wieder Dings! Wir haben letztes Jahr auch ein Treffen gemacht... An der Kinzig... Ah, geil! Und dieses Jahr machen wir jetzt auch wieder... Grillen... Und chillen... Umsonst! Also... Ich sponsore alles! Also was ich kann! Sag mir, was musst du eingeben? Darf ich bitte? Ich mag nicht, diese neuen Handys in der Hand zu haben! Egal! Ich mag das nicht, diese... Aber es funktioniert! Nein, ich mag es aber nicht! Geht mal an! Diese eine Liebe wird nie zu Ende mehr... Abonnier erst mal! Yeah! Ah! Ein neuer Abonnent! Geil! Jungs, Mädels, habt ihr gesehen? Wir haben neue Abonnenten! Du bist der Beste! Stefan! Stefan! Fyta! Fyta du! Du bist der Beste! 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 Oh, das ist ja geil, oder? Oh, das ist ja geil! Aber kommt da auch was raus? Einmal in der Woche! Schaukeln! 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 Du bist der Beste! Und jetzt saugeln! Pass auf, wird zu heißen! Kessa! Alles klar? Ja, klar! Noch einen schönen Abend! Euch auch! Und dir, meine schöne Pelle! Dir auch! Dir sowieso! 18 Pfund! Nimm nur mit! Nein! Nein, okay! Ich kann nur auf... Aber stimmt, du hast recht! Nimm mit! Aber... Machen wir Rückendeckung! Rückendeckung! Hey, Peter! Papa, Laura! Papa! Hey, wie viele Mal habe ich die Elite gehört? Die haben nur die Elite!